Die drei besten Hunderassen für Familien mit Kindern Nummer 1, der Berner Sennenhund, auch bekannt als sanfter Riese. Er kommt mit Kindern und anderen Haustieren gleichermaßen gut zurecht. Dieser Hund wird Sie begeistern, außer dass er weit über 100 Euro kosten kann. Stellen Sie also sicher, dass Sie Platz für diesen großen, sanften Riesen haben. Weiter geht's mit Nummer 2, dem Neufundländer. Ein erstaunlicher Hund, der auch als Babysitter der Natur bekannt ist. Diese Hunde sind unglaublich geduldig mit kleinen Kindern und eignen sich hervorragend als Kuschelbären im Haus. Außerdem haben Neufundländer die außergewöhnliche Fähigkeit zu schwimmen und können Kinder und Erwachsene aus dem Wasser retten, wenn sie richtig trainiert werden. Und zu guter Letzt, Nummer 3, der Labrador Retriever. Solange Sie sich von Sportlichen, die zu viel Energie haben, fernhalten. Ihr alltäglicher typischer Labrador Retriever kann alles tun, was Sie brauchen, ob es lange Spaziergänge sind, Wanderungen, Fangen, Spielen.